so hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen video hier und zwar geht es heute um battlefield 1 turning tides das neue dlc was jetzt erschienen ist und ich bin heute hier in dieser elgoland bucht und hier gibt es ja auch sozusagen neue fahrzeuge wie so ein zeppelin mit einer gun dran und das möchte ich euch heute zeigen so dass man gleich vorweg die meisten wollen natürlich unten an dieses geschützt dieses tempel die es bei den natürlich damit schießen wollen das ist wie von einem panzer eben so eine kanone so dass man eben aus der luft auf infanterie mit dem ding verlangen kann und das macht natürlich inheimlichen spaß allerdings macht es kein spaß wenn man hier und steuert weil das der zeppelin der kann sehr schnell heruntergeschlossen werden von einem studium oder von flux und oft wird auch vergessen dass man dieses ding repartieren kann und ich versuche jetzt einfach mal hier auch das ding so zu lenken dass die leute dann dann ja natürlich Wir haben ihn! Wir haben ihn! Das war's für heute. 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 Sollte Verdammt, dein Boot! Ich seh dir ein feindliches Boot! Feindliches Boot gesichtet! Da, ein Boot! Vorsicht! Das ist einer ihrer Soldaten! Hey! Feindliches Boot! Zerstörer in Sicht! Ein Boot! Vorsicht jetzt! Ein feindlicher Zerstörer! Was ist denn? 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 Ja! т Der Soldat entfickt! 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 Der Soldat entfickt!